hallo und herzlich willkommen ich bin alpernex und ich begrüße euch zur black ops 3 beta und ja wir zocken eine runde herrschaft auf der map combine oder ja combine mein gott ja die map namen ich hoffe die werden noch mit der zeit ein bisschen ausgereifter werden bei mir dass ich die ein bisschen besser drauf habe wir fletzen mal hier lang ja gut dann kommt da jetzt schon mal keiner habe ich wir verlieren b ich wusste es kommando könnt ihr hier vorräte gebrauchen drohne raus ich hoffe das passt ja oh geist den hatte ich noch nicht erwartet befehle drohnen missionszeit bei 50 prozent achtung feindliche drohne nähert sich die drohne energie level bei fünf prozent rückkehr zur basis feind ausgeschaltet geht er mir auf den sack schon jetzt da haben wir ihn drohne raus hauen wir mal den geist mal da direkt raus die drohne raus die drohnen erfassen das ziel halbzeit drohnen treibstoffkontrolle abgeschlossen feindliche drohne nähert sich drohnen energie level bei fünf prozent rückkehr zur basis vorräte erwarten kriegsmaschine bereit wow fuck man direkt mal hier den hier holen vorratsabwurf so komm eben kurz das moped hier vorräte abgeworfen verlasse einsatzgebiet bestätige einen erledigten feind den haben wir so meine vorräte das ist mein geist geist zur bereitschaft Achtung feindliche vorräte von oben den heben wir uns auf für die nächste runde die kommen wir jetzt bestimmt zu A oder ich habe schon jetzt gerade gesagt wäre gar keiner mehr da Achtung feindliche vorräte ach man Mann ey aber ich glaube es lief die erste runde jetzt ganz gut jetzt wollen wir mal kurz einen Schluck saufen ich glaube es war okay ein bisschen defensiver von mir gespielt Sonst kennt man mich ja eher dass ich voll rein renne aber dadurch riskiere ich auch immer oft ein paar Tore mehr aber 13,4 ist glaube ich okay bisher ich sehe mal jetzt ah lasst mich dann jetzt einsetzen zwei sekunden und jetzt so äh geist einsetzen ja mein aim ist ja bekannt dafür dass es meistens nicht aimt ey das gibt es doch nicht so ey das ist nicht mehr wahr leute oder geist ein abschuss ja ein feind ausgeschaltet aber der geist der arbeitet ziemlich gut muss ich ehrlich sagen ist ne feine abschussserie die alte geht mir oder der ey geht mir voll auf und nüsse ey feindliche hellstorm unterwegs bestätige einen errichtet geist drohne verlässt missionsgebiet jetzt schon feindliche drohne gesichtet da hinten also jetzt jetzt muss ich ganz schön kassieren feindliche drohne näher zu technik maschine aktiviert reichweite eingegeben nein ja jetzt krieg ich richtig auf die fresse das dreht sich hier echt Feindliche Drohne nähert sich. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Achtung! Feindliches Donnergrollen unterwegs. Achtung! Feindliche Drohne! Boah! Aber wir kriegen jetzt allgemein richtig einen reingedrückt. Feindliche Drohne gesichtet. Sieht jetzt nicht nur bei mir so aus. Die anderen sind auch ganz schön gut abgefallen. Verbündete Drohne nähert sich. Die Drohne ist ausgeschaltet. Ziel erledigt. Feindliche Drohne nähert sich. Ausgeschaltet! Aufweiter neutralisiert. Nomad vernichtet. Drohne erwartet Befehle. Schwebeladung bereit zum Start. Kommt einer. Na? Ja. Aaaaaah! Battery erbittet Aufstockung und Versorgung. Die Sonsoren erfassen das Ziel. Feindliche Drohne gesichtet. Das gibt es nicht. Feindliche Drohne haben unsere Schwebeladung zerstört. Ah, Wächter. Wächter verfügbar. Prioritätsanforderung erhalten. Versuchen wir mal was. Feindliche Drohne nähert sich. Wächter einzigart. Wächter einzigart. Oh, komm. Der sitzt, glaube ich, nämlich da ganz gut. Ja, es macht jetzt nichts. Oh, hinter mir, ne? Boah, lag der da irgendwo? Boah. Bravo gesichert. Überwachung abgeschossen. Überwachung abgeschossen. Kronenat! Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Drohne nähert sich. Verbündete Drohne nähert sich. Feindliche Drohne nähert sich. Nein! Feindliche Drohne! Feindliche Helmsteuung! Wohoho! Drohne bereit zum Einsatz! Seid schnell! Sensoren erfassen das Ziel! Nein! Feindliche Vorräte über uns! Feindliche Drohne! Boah! Aber das war jetzt ne... ...richtig ordentliche Runde, würd ich sagen. Granate! Er war ganz gut Action dabei. Boah, 25, 19. Boah, finde ich ist in Ordnung. Der erste ist gar nicht mal schlecht. Aber alle! Also ja gut, das gegnerische Team, ey, die haben richtig gut Kills gemacht. Muss ich echt sagen. Also erste Runde gar nicht, zweite Runde sind die richtig gut abgegangen. Auf jeden Fall war es ne vernünftige Runde. Und ich sag mal, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag, wir sehen uns beim nächsten Gameplay. Bis dahin. Ciao!